Aus dieser Villa wurden des Öfteren nachts Schreie gehört und seltsame Schemen und Gestalten sollen an den Fenstern vorbeihuschen, so die Nachbarn. Ein Urbexer wollte dem nachgehen, doch was er alles entdeckte und ob es dort wirklich spukt, seht selbst. In dieser alten verlassenen Villa in Wien sollen seltsame Dinge geschehen. Nach einer Recherche bei den Nachbarn erzählten einige Saison nach seltsame Schemen und Gestalten in der verlassenen Villa. Manchmal soll sogar etwas hell aufblitzen. Seltsame Schreie wurden dort gehört. Selbst die Polizei wurde schon durch die Schreie und Gestalten angerufen. Es wurden von den Nachbarn Urbexer vermutet. Doch die Polizei fand keine Personen in dem Haus. Obwohl die Nachbarn das Gebäude nicht aus den Augen gelassen haben. Wenn es keine Menschen waren. Was haben sie dann gesehen und gehört? Ein Urbexer aus Wien ist der Sache mal auf den Grund gegangen und hat sich in die verlassene Villa geschlichen. Schauen wir uns die Aufnahme mal an. Untertitel auf die Schraubt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.